Herzlich willkommen zu der Einladung von 7.sd Unerwartet kommt Besuch Habe ich die Freie Natürlich kommt es noch nicht alleine Es ist noch keine 10 Uhr Also bitteschön Bitteschön Trotzdem muss ich sie nicht gerade behalten Ich muss wieder geschrien Ach meine, die ist kaputt Gibt es doch gar nicht Ja, wir sind ein bisschen vor der Zeit Aber die ersten Besucher sind halt schon da Tut sich ungünstig, ne? Wenn sie mich jetzt mal den ganzen Fahnen kaputt machen Dann ist ja nicht mal Da werde ich sauer Sind hier vorne aktiv Ist auch gar nicht so weit Alle vor der Zeit Wenn man so weit reinkommt, wie keiner mehr Ist schon Hindernis hier So, 15 Minuten noch, dann geht los Das Loch habe ich jetzt zugemacht, da war ja extrem, da war ja schon tief Ich weiß gar nicht, wie tief die da rein wollten Ich meine, sie hätte gerne das Loch versauern können Nur Sind diese Schreie letztendlich immer Irre führend Weil du weißt nicht genau, wo es herkommt Und Dann plötzlich doch vor der Beton wird beschädigt Vor der Haustür stehen ist doch nicht gut Also hier der Keller Der Kram ist noch ein bisschen weicher Punkt Wenn sie da reinkommen, dann können sie auch im Keller reinkommen Und wenn sie im Keller sind Dann kommen sie ins Haus Und die im Haus sind Dann muss ich sie Dann muss ich sie Dann muss ich sie Den drin Empfang hinterm Eisengitter Beim Treppenaufgang So, die Spannung steigt Das ist schon vor Ja Auch mal das Beste, ne Kommt durch die Geier Maschinengewehr nehmen gleich mal Oder die Geier kommen Dann wollen wir gleich erledigen So Jetzt ist es soweit Es ist jetzt genau 10 Uhr Und plötzlich tausen sie auf Oder auch unsere auf Oh, da Das ist schon geil, er ist schon da Das ist schon geil, er ist schon da Oh Oh Habe ich gerade selber angesteckt Na So, ich habe mal richtig Glück gehabt Das wäre ein kurzer Kurzer Start hier Hah Ne was Du husk Stad Was ist das? Scheißgeier! Schuss! Ich bin hier. Ich bin hier. Got it. Was ist das? Ja, mit Flaschen kommen wir die klar. Gut, hier sind wir noch kalt dran gekommen. Aber die dauern nicht mehr lange, dann sind sie auch hier. Geier. Wander Liss Fiege. Hier noch einen Punkt, das gibt's doch gar nicht. Wir haben jetzt Ölbe. So, mal ganz kurz das wegnehmen. Das rein. Hier. Oh, noch repariert werden. Hier ist ein Mod. Hier ist ein Mod. Hier ist ein Mod. Hier ist ein Mod. So, wir sind drinnen im Keller, sind sie schon drinnen. Hier ist ein Mod. Gibt's noch gar nicht, aber wollten sie mich? Hier ist ein Mod. Hier ist ein Mod. Hier ist ein Mod. Hier haben wir erst. Schießt er hier nicht. Hat der Füße. Kurz Maschinengewehr barrieren. Hier ist ein Mod. Hier ist ein Mod. Ja, nicht gut, wenn sie durchkommt. Da durchkommt. aber die karte ihre schwachstelle gefunden habe dass sie da über die stadt über eisen gehen die über den mauer im balkon und konzern zu mir mann xp bringt sehr viel aber kostet aber auch motionen so kaputt schießt auch nicht ist aber ein zweier mutter mission ist echt zum zum mäuse melken ich habe ja nur noch 26 und 14 zusammen naja knapp 30 40 pistole 37 gewehr ist genau das maschinengewehr haben wir ihnen draußen wieder aber wie gesagt die müssen ja hier durch so warmsen kaja bleib liegen Tussi ich könnte auch nicht mal hier Benzin werfen weil ein komischer Geräusch der ist gefährlich der Kotz und der eklodiert letztere ist das Problem zwei Stunden hat die Mission gereicht Leute brauchen wir Ammunition also Stadt suchen, Bibliothek, irgendwelche Wissen das heißt das hat sofort Priorität also da oben ja ein Schuss der bleibt für mich ist aber nicht vorgesehen Wahnsinn so so ja anders kriegst du die kontrolliert also das ist ein neuer Schützturm den ich gefunden habe Level 4 und der ist schon ein bisschen besser durch die rolle Gasse müssen sie kommen schauen ob wir das reparieren können so so Was ist das? 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 mehr nicht der rede wert wenn ich eine produktion habe könnte sein kann doch nicht weg weil hier auf der pink kiste wo ich in der nähe bin wie gesagt das ist der wahnsinn der wahnsinn ich bin aktuell 47 aus die maus guck euch mal an so leute gut na ja 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 z ja ja Hilfe! Oh, noch ein Ding! Oh, jetzt haben sie mich erwischt! Das war nicht zu erwarten. Das ist die Mauer. Eindeutig die Mauer. Scheiße, die Mauer war einfach nicht so gut. Die obere Etage hat mich leider, ja, leider das Leben gekostet. So, jetzt schaue ich mal mein Bett. Und ich muss mal schauen. Ich muss mal schnell... äh, mein... mein... ...Boxack nehmen. So, jetzt ganz schnell... ...Immis gestorben, ja, genau. Das Loch zu machen, ne? Die kam hier durch... ...und den Augenblick war verloren. So, jetzt ist das vorne auch zu. Ungünstig, ne? Das heißt, äh... ...den Block wegnehmen, hier geht auch Nerv. So, 50 Schuss kann noch herstellen. Dauert zwar eine Weile, aber... ...das ist wichtig, was mich will... ...aufwerten. Also aufwerten... ...das heißt... ...ah, also ein Teil... ...gut. Wir werden aber schnell zu machen. Und zwar mit Eisen auch noch zu. Und zwar Eisen, Eisen, Eisen. Und wenn die andere ist, machen wir es ohne Eisen. Hauptsache mal zu. So. So. Hier vorne muss ich weg kloppen. Das ist klar, aber... ...hier raus und das muss ich mal zu machen. Ich weiß nicht genau, wo es war. Das ist eine gute Frage, ne? Ich hab 10% EB verloren. Achso, wo die Tür da voll war. Achso. Ist das die Tür? Ach, hier. Ach gut. Ah. Dann sind wir wieder weg. Ich komm hier nicht raus. Mein Tyrell kann ja nicht schießen, ne? Junge. Mach das kein Fehler. Das ist ja nicht passiert. Das ist ja nicht passiert. Das kommt noch keiner mehr. Dann lass ich mich auch in Ruhe. Aber... Das ist halt... ...den, mit der sich Sekunde, wo ich keine Munition hatte... ...war das an sich, äh... ...vorprogrammiert. Falls ihr in Ruhe kommen sollten. Dann im Keller ist garantiert ein Loch. Grosetloch. Und... Schwachpunkt, wie gesagt, von der Ecke. So, dann muss ich überlegen. Wenn wir die Mauer höher bauen... ...oder... Ja. Ich brauche eine andere Munition. Das ist alles nichts. Also Munition ist ganz wichtig. Sonst, äh... Glück haben. Dann hört mal tschüss... ...und schönen Dank fürs Rennhorn. Tschüss. So, dann vor der Jennifer Herz. Ich hoffe ich also dazu. Um alle Gäuble werde ich Friends. Ich hätte!